Hallo, wir wollen in dieser Lektion Zahlen ordnen. Also das heißt, wir wollen Zahlen in eine Reihenfolge bringen oder aufsteigend sortieren, könnte man auch sagen. Und die Zahlen, die wir sortieren wollen, sind folgende. Wir wollen einmal 35,7%. Dann wollen wir uns anschauen, 108,1%. Und vielleicht mache ich das in einer anderen Farbe im Moment. Mache ich mal jede mit einer eigenen Farbe. So 108,1%. Dann wollen wir uns anschauen, einfach nur die Zahl 0,5. Und einen Bruch, 13,93. Und zum Abschluss noch einen Gemischenbruch, 1,7,68. So, und der Trick dabei ist eigentlich nur, dass du alle Zahlen ja irgendwie vergleichbar machen willst und machen musst. Im Moment haben wir drei verschiedene Schreibweisen oder vier verschiedene Schreibweisen. Wir haben eine Prozentzahl, eine Dezimalzahl, einen Bruch und einen Gemischenbruch. Und am besten löst du das alles in die gleiche Schreibweise auf. Wir könnten alles in Prozente schreiben oder alles in Brüche schreiben. Das Einfachste ist aber meiner Meinung nach einfach alles in Dezimalzahlen schreiben. Und das machen wir jetzt auch. Fangen wir mit der 35,7% an. Bei Prozenten umrechnen in Dezimalzahlen hatte ich dir in einem vorherigen Video schon kurz erzählt, dass du einfach das Komma nimmst und 2 nach links ziehst. Also du könntest auch einfach, während du das Prozentzeichen weglässt, durch 100 rechnen. Also du könntest auch rechnen, 35 Hundertstel, der Einfachheit halber. Und dann eben deine Rechnung machen, 35 durch 100 und so weiter. Der Einfachheit halber aber, ich mach das mal wieder weg, einfach die Kommastelle 2 nach links und dann kommt hier als Ergebnis raus 0,357. So, da haben wir schon mal unser erstes Ergebnis als Dezimalzahl. So, das Gleiche machen wir jetzt auch mit der 108,1%. Und dann auch einfach das Komma 2 nach links schieben. Dann erhalten wir die 1,081 als Dezimalzahl. Also 1,081 ist genau das Gleiche wie 108,1%. So, die 0,5 ist schon eine Dezimalzahl. Die müssen wir uns also einfach nur so behalten. So, und jetzt kommen wir zu dem ersten Bruch, 13,93. Da wird es jetzt ein bisschen spannender. Das schreibe ich mal hier unten, hinten. Das müssen wir tatsächlich jetzt rechnen. Und 13,93 ist nichts anderes als 13 durch 93. Und das können wir auch genau so hinschreiben. 13 durch 93. Und rechnen da unsere Division einfach aus, so wie wir das üblicherweise machen. Also, passt 93 in 1? Nein. Passt 93 in 13? Nein. Das heißt, hier müssen wir tatsächlich noch eine 0 hinzufügen. Und in dem Fall mit einem Komma, weil sonst würden wir ja die Zahl verfälschen. Also wir wollen ja keine 130 draus machen, sondern es muss eine 13 bleiben. Das heißt, das mache ich mal vielleicht im Blau. Also hier müssen wir... Das heißt, 13 geht 0 mal in 13. Das können wir schon mal hinschreiben. Dann erweitern wir die Zahl um eine 0. Und jetzt ist die Frage, wie oft geht 93 in 130? Das geht einmal rein. So, das heißt, 1 mal 93 ist 93. Ich bleibe mal lieber bei der Orange. Dann sieht man da später die bessere Zugehörigkeit. So, und was ist das voneinander abgezogen? Also 130 minus 93. Da müsste ich mir jetzt wieder Zahlen ausleihen. Das ist aber eigentlich ganz einfach. Das sind 37. So, und ich leih mir noch eine 0 von oben aus. Und wie oft geht 93 in 370? Ich denke mal so mindestens 3 mal. 3 mal 93. 3 mal 3 ist 9. 3 mal 9 ist 27. So, und 370 minus 279 ist 91. Und noch eine 0 runter. So, und wie oft geht die 93 in die 910? Also, 10 mal wäre 930. Das heißt, ich denke mindestens 9 mal. So, 9 mal 3 ist 27. 9 mal 9 ist 81. Plus diese 2 ist 83. Und so weiter und so fort. Da müsste ich jetzt noch weiter rechnen. Und hier auch. Aber das ist mir schon genau genug. Ich habe jetzt 4 Nachkommastellen. Und das müsste mir eigentlich reichen. Das heißt, das ist unser Ergebnis, was ich jetzt hier erstmal hinschreibe. Das heißt, wir haben hier rausbekommen, 13,93 ist 0,139. Und ich schreibe mal noch ein paar Punkte hin, dass wir wissen, dass das noch nicht die finale Zahl war. Aber für unsere Vergleiche müsste das eigentlich schon ausreichen. So, und jetzt rechnen wir noch 1,7,68. Und 1,7 und 1,68 ist ja das gleiche wie 1 plus 7,68. Und wenn wir ins, das haben wir glaube ich jetzt an der Stelle noch nicht gemacht, schaut ihr auf jeden Fall nochmal die Videos an zum Bruchrechnen. Dann weißt du, dass man eine Zahl in einem beliebigen Bruch aufteilen kann mit gleichen Zähler. Also die 1 kann ich in einen Bruch auch aufschreiben mit gleichen Zähler und Nenner. Und um hier diese Zahlen zu addieren, brauche ich den gleichen Nenner. Das heißt 86. Das heißt, ich kann hier auch hinschreiben. 1 ist 68,68. Das ist das gleiche wie 1. plus, hoppala, so verschrieben, plus 7,68. Und jetzt zähle ich einfach 68 plus 7 zusammen. Das sind 75. Das heißt, ich habe hier 75, schon wieder ein bisschen verschrieben, Entschuldigung, 75,68. Und das kann ich jetzt tatsächlich auch rechnen. Das heißt, 75 durch 68. Ja, die 68 geht in 75 schon mal einmal rein. Das ist 68. So, und da bleiben 7 übrig. Jetzt müsste ich eine 0 runter zielen, aber da kommt jetzt erst ein Komma ins Spiel. Das heißt, jetzt schreibe ich hier das Komma. Also dieses Komma, das eigentlich hier gedacht ist. Ich ziehe die 0 runter. 70, 68 geht in die 70 auch einmal rein. Das ist 68. Bleibt hier ein 2 übrig. Kann ich noch eine 0 runterziehen. Da geht 68 erst mal 0 mal rein und so weiter. Das heißt, meine Zahl ist an der Stelle eigentlich schon mal wieder genau genug. Unser Ergebnis ist hier von 1,768. Als Dezimalzahl geschrieben ist, 1,10. So, und jetzt sind wir fertig. Jetzt haben wir uns die Arbeit gemacht, Prozente und Brüche und gemischte Brüche in Dezimalzahlen umzuschreiben, sodass wir sie gut vergleichen können. Und das machen wir jetzt auch. Jetzt suchen wir uns einfach die kleinste Zahl raus und dann die nächstgrößere und so weiter. Und so kriegen wir unsere Reihenfolge raus. Und ich nummeriere die dann einfach mal durch. Das mache ich mit einer neuen Farbe, dass es nicht ganz so verwirrend wird. Was habe ich denn noch übrig? Grün. So. Also die kleinste Zahl 0,35. 1,08 ist größer. 0,5 ist kleiner. 0,139 ist auf jeden Fall, denke ich, unsere kleinste Zahl. Also das ist mal unsere Nummer 1. Dann die nächste Größe ist die 0,35. Das ist die 2. Und die nächste Größe ist die 0,5. Und dann kommt unsere 1,081 und unsere 1,0 zum Schluss. So, das ist die Reihenfolge von diesen Zahlen. Ich hoffe, ihr konntet, du konntest hier gut mitkommen und mithalten. Ich bin mir nicht sicher, ob die Khan Academy hier noch weitere Beispiele durchrechnet. Da muss ich mir erst mal die Playlist anschauen. Falls du noch weitere Beispiele brauchst, schreib das einfach in meinen Kommentaren. Und wir können eventuell noch ein paar Beispiele machen. Okay. Bis dahin. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Tschüss.